Hallo liebe Fans der U16 Kicker aus St. Martin im Mühlkreis. Heute zeigen wir euch einige Eindrücke von der Saison, Abschluss und Meisterfeier im Aubach Stadion. Das Wetter spielte einwandfrei mit und somit konnten wir gut gelaunt die sehr erfolgreiche Meisterschaft mit diesem Nachmittagsevent abschließen. Eltern und Kicker waren sehr zahlreich gekommen, um in einem Fußball-Tennis-Turnier die Sieger zu ermitteln. Danach wurden von allen Gästen das Tor des Jahres gewählt, welches wir auch in diesem Video noch zeigen werden. Speziell die Überraschungs-Challenge, unsere Dizzy Gold Challenge, fand sehr guten Anklang. Für nachfolgende Bilder wird keine Haftung übernommen, es besteht die extreme Gefahr eines Lachkrampfes. Also Achtung bitte, wer keinen Spaß versteht, bittet sofort abdrehen. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 attendtitelung des ZDF für funk, 2017 Aber zehnmal ist schon lange. Ob sechs, siebenmal ist man richtig schwindig. Ocht. Neun. Zehn. Jetzt kannst du den Weg suchen. Ich glaube, wir müssen so 15 erhöhen. Obe schauen. Wo ist denn der Benjiwurm? Wurm, wo ist denn der Babo? Zweite Runde. Zieg durch Willi. Der Willi hat ein wenig Gas rausgenommen. Und die Geschwindigkeit aufnehmen. Stell dir vor, ich stehe dir Bier vor dem Willi. Geht schon, los. Geht schon. 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 Geht schon.